Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Slide for Loot von Andi gebaut, von Odemans Bauteam. Er hat die schon aufgenommen. Checkt gerne sein Video ab, Freunde. Es war extrem schön, was wir da zusammen erlebt haben. Und ich hab ne Brille auf, Freunde, weil ich hab momentan ein bisschen so Kopfschmerzen, weil ich zu viel am PC bin und den ganzen Tag am Zocken bin, obwohl die Sonne draußen scheint. Ich bin so ein Kellerkind. Nein, nein, nein! Er hat vorhin gesagt, damit der schön aussieht. Denn er, der schön aussieht, Freunde, müssen wir da richtig schön. Und Andri, lass ein Like da. Nein, das ist ne Blaulichtfilterbrille, Freunde, also die hilft ein bisschen. Und, ähm, ja. Jungs, wir sliden einfach runter und fetzen uns. Let's go. Okay. Und der Gewinner bleibt sozusagen unten. Wir machen aber so, man darf den Loot der anderen nicht aufnehmen, okay? Okay. Ja, aber du hast gemacht, dass du Ehrenloser. Und das war übel OP. Okay. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die brauchen wir nicht. Tauschen wir direkt aus. Tauschen wir direkt aus. Ja, aber machen wir mit Bild oder ohne Bild? Mit bauen, mit bauen. Zwei Bilder und drei Bilder. Mit Bild, ohne Bild. Ich mache ein Bild von dir, wie du neben mir sitzt. Wäre schon geil, Digga. Rex hat direkt gelacht, weil er weiß, was ich meine damit. Ihr seid am Arsch. Ihr seid am Arsch. Okay. Oh mein Gott, ihr seid am Arsch. Ey, größte Müllwaffe bekommen. Ich habe kein Healing, gar nichts. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ah! Der ist Blitzmann. Ohne Regeln direkt. Es geht ohne Regeln. Ohne Regeln? Ey, wir machen ab jetzt. Jungs, wartet kurz. Schießt euch mal kurz nicht ab. Ja. Wir geben uns jetzt die Hand gegenseitig. Ich gebe dir niemals die Hand. Die stinkt. Wirklich. Und keiner darf sauer sein nach dieser Aufnahme, okay? Okay, Tier. Okay, Tier. Egal, was passiert. Egal, was passiert. 20 Minuten ohne Regeln. Ab jetzt. Ich gehe so hart nur auf dich. Du hast mein Ego zerstört. Spaß. Spaß, 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 Bruder. Spaß. Ich habe dir nie was getan. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Es ist mir egal. Ich bin eine Diva. Ah! Ich schlafen. So, jetzt ist Rex der Nächste. Ich bin der Nächste. Er hat das nur gesagt, damit er unsere Waffen klauen kann, wenn er gewinnt. Nein, die Re... Ciao! Aua, ich habe kassiert. Die Regel zielt natürlich trotzdem. Es geht nur darum, dass wir einfach so machen, wie wir gerade denken. Okay. Weißt du, von Fighten her. So, nicht auf drauf achten. Einer sagt, chill kurz oder so. Wir fetzen uns einfach wie Männer. Okay. Okay, zack. Was ist das für eine Waffe? Ich habe mich noch nie gesehen. Schmeiß ich weg. Ich habe ein Stingeschwein. Ich habe ein Stingeschwein? Du bist eins. Woher weißt du das? Ich habe Andi gerochen, wo du geschlafen warst neben mir. Boah, ehrelos, Digga. Ich dachte, wir machen sowas nur im Bett. Was? Hä? Okay, pass auf. Kommt runter. Oh mein Gott. Brauch noch... Brauch noch... Ich schwöre, der kriegt sowas aus dem Maul. Okay, ich brauche eigentlich nur noch Healing. Bitte, gib mal irgendwas. Irgendwas. Okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. Oh mein Gott. Ja, okay, okay. Oh mein Gott. Kann ich mit arbeiten. Kann ich mit arbeiten. Guck mal, wie er direkt schießt. Er hat das ernst genommen mit diesen Dings. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Deswegen... Ich habe... Warum hatte ich auch Eis noch die ganze Zeit? Das war richtig schlimm. Okay. Okay. Wett fest. Ja. Wird am Start. Okay, okay, okay. Okay. Zwei gegen ein. Hast du auch einen Railing Gun? Nee, nee. Ich habe diese... Äh... Bender Gun. Guck mal, wie er sich da hielt, der Eklige. Ey, danke für den Nier. Ey, Bro, danke. Ich würde auch gerne haben. Kriege ich auch einen? Ja, du kriegst einen hier. Schenke ich dir. Ey, danke für den Nier, Bro. Wirklich cool, wirklich cool. Ah, ich habe mir selber Damage gemacht. Guck mal, wer hat mich runtergebaut? Oh, du meinst 100%. Das ist schon cool von dir gewesen. Danke, Mann. Aber wir haben ohne Regeln. Ohne Regeln. Ja, ich habe die Mikrowellenwaffe. Schöne mal. Aua. Uh, der war gut. Ey, lass mal bitte Brex auseinander. Er nervt unnormal. Hä, warum? Keine Regeln. Bist du sauer, Brex? Bist du sauer? Man darf nicht sauer sein. Nein, absolut nicht. Man darf nicht sauer sein. Wer hat mich runtergebaut auf Ehrenlos. Ach nee, das war die Map. Bist du sauer, Brex? Nö. Bist du sauer, Brex? Ich nehme euch jetzt immer auseinander. Ich habe mir vorgenommen, nie wieder... Ich will gut sein. Was will der denn jetzt auf einmal hier? Bist du sauer, Brex? Nein, gar nicht. Du? Ja. Ich bin sauer. Ey, hier ist eine Pflege, Digga. Die macht mich richtig sauer in meinem Leben. Nein, bist du sauer? Ja. Ey, bitte. Brex macht mich ehrlich sauer. Ich war mit Stein, dieser Ehrenlose, Digga. Da musst du schon wirklich kein Gewissen für haben. Ihr kommt mit Railgun. Oh Mann, der eine kommt mit dieser Garn. Nimm einen Schaden in dein Gesicht. Nimm mich, nimm mich. Kein Problem. Er kriegt jetzt die ganze Zeit Bombardierung in sein Gesicht. Ja, okay, kein Problem. Ich werde die ganze Zeit überleben. Ist mir echt egal, ne? Oh, er geht mit Sklydus rein. Ich habe gerade ein persönliches Problem mit ihm, Bro. Ich pre-fire für dich. Ach, mein Gott. Warte, lass mich kurz nachladen. Hey, seid ihr blöd oder so? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, ihr habt was in mir ausgelöst. Oh, du darfst nicht sauer sein, Bro. Ihr habt was, ey, bin ich nicht. Jo, Digga, oh, du warst das der Wildeste. Guck mal, ich mache jetzt einfach Bauen für euch aus. Ihr könnt sauer sein, bitteschön. Hey, sei aber nicht sauer dann, okay? Sei aber nicht sauer, hier, bitteschön. Irgendwie läuft das an den Leuten. Wo bist du, Daddy? Okay, ihr könnt wieder bauen, hier. Ihr kriegt auch 300 HP wieder. Oh, was laberst du, Digga? Es passiert nichts, du. Es passiert gar nichts, er erzählt trotzdem. Er erzählt einfach, Dings, um sein Leben. Ihr habt den Spaß meines Lebens hier oben. Ich muss nachladen, aber diese Waffe noch nie benutzt. Bist du sauer? Ich geh mich kurz. Bist du sauer? Haha, ich bin sauer. Okay, ich nehme nicht auf. Gesetz ist Gesetz. Hey, du nimmst dich auf? Also, ich meine die Waffen. Ach so. Natürlich nehme ich ihn hier auf. Willkommen, 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 André. Ja, alles gut. Ich halte mich mit fünf Pilzen nach oben. Also fünf Leben-Pilze. Guck mal, ich kenne dich eh, du schummelst eh, Digga. Nein, nein, nein. Ich schummel nicht. Du hast gesagt, nicht sauer sein. Schürf alles aus. Nicht sauer sein, was wir fighten. Ich schwöre auf alles, ich habe nichts aufgenommen. Also Munition, weil ich drüber gelaufen bin. Ja, Munition ist schon aufgenommen. Ist ja egal. Ja, okay. Ich lade gerade alles nach. Das dauert auch noch mal lange. Oh mein Gott. Ich habe Game-Changer-Winner. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Auf dem Weg zu dir. Lila, ich bin jetzt orange. Alle mal bist du sauer in die Kommentare, Freunde. Sauer. Sauer. Wo seid ihr? Hä? Auf einmal André Mepp, Bro. Ehrlich? Weil Brax rumgefummelt hat, der Ehren los. Ihr habt gesagt, nicht sauer sein. Ich bin sauer. Ihr drückt einfach irgendwo dran rum, Digga. Warte, jetzt muss ich auch kommen, Jungs. Fetzt euch einfach. Nicht sauer sein, aber. 300 HP, das ist cool. Wir wissen. Okay, Freunde, Grau sammle dich auf jeden Fall nicht aus. Guck mal, obwohl, wenn man direkt ohne Regel macht, dass ich sauer sein, Brax macht irgendwas. Ehrlich? Nein. Boah, bist du sauer. Darf ich rutschen direkt? Ja, ja, darfst alles. Rutschen und rutschen, gleichzeitig. Du musst du hüten, ne? Du musst du umbringen. Du musst Wii-Spawn. Ja, ich hab doch Wii-Spawn. Ja, denkst du, ich chill allein die ganze Zeit andere Map-Map jetzt, oder was? Ja, hä? Eigentlich schon. Danke für den Tipp, Digga. Ich hätte so unser Film mal gechillt, sag ich dir ehrlich. Ich lass euch tanzen für mich, ich schwör's euch. Ich lass euch so fett tanzen für mich. Ja, oder was du weißt, er hat uns ja rausgefordert, Digga. Ja, er kriegt auch das Roll jetzt. Er hat mich verwirrt in seinem Kopf. Okay, Digga, er macht so ne Sounds und so. Ey, Digga, ich bin genau daneben gefliegt. Ey, Digga. Ich lass euch richtig tanzen für mich. Guck jetzt. Musst dich nur, nur akklimatisieren, dann weißt ich, wo du bist. Okay, falsche Richtung. Tanz mal ne Runde für mich. Aber ich hab mich gerettet ein bisschen. Du wirst die ganze Zeit tanzen müssen, ich schwör's dir. Die ganze Zeit für mich hier. Zack. Na? Ohne, man regelt für mich. Will er auch tanzen? Der weiß, er will ehrenlos machen. Bin da, ich bin da. Abi. Sei nicht sauer, Bro. Wir tanzen beide, sei nicht sauer. Okay, ich hab die stärkste Waffe der Welt, Digga. Was ist das für ne Waffe? Ich muss kurz hin. Andere gewinnen, dann lassen wir ihn in der Map. Ey, ehrenlos. Dann muss er sterben. Okay, pass auf. Mit sauer, wenn du das machst. Oh, ist das gut ohne Regeln, ey. Bro, das ist die stärkste Waffe der Welt, Amina. Was hast du für ne Waffe, Amina? Full modded mythisch MP mit Rotpunkte, Digga. Ääh, 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 ääh. Willkommen jetzt. Okay. Ich hab 150 Leben. Ich sammle Odomans Sachen nicht auf. Ich weiß, immer wenn ich's wiederhole und die ganze Zeit sage, dann ist es so den, ich sammle, ich mach's. Aber ich mach's wirklich nicht. Du machst safe. Nein, nein, nein. Ich werd dir dieses Video anschauen. Wenn du's machst, kriegst du so einen Hate-Kommentar. Okay. Das wollen wir nicht. Freunde, schreibt ganz viele Kommentare in die Kommentare, damit Odomans Kommentar nicht gelesen wird. Boah. Meiner wird safe gelesen. Und wenn ihr Odomans Kommentar liest, müsst ihr liken. Boah. Warte mal, ich hab mich grad damit selbst auseinandergenommen. Danke, like mein Video. Warte, was? Hä? Ich hab vergessen. Wo seid ihr, Digga? Ihr braucht immer übel lange. Er wollte meinen Quad-Launcher. Er hat meinen Fisch geklaut, du ehrenloser Hundebein. Nein, ehrenloser Hundebein, du. Bist du Quad-Launcher in deinem Gesicht? Ich hab ihm schon 100 Schaden in sein Gesicht gegeben. Oh, ich liebe diesen Sniper. Guck mal, es macht einfach keinen Sinn, warum ihr immer auf mich geht. Bro, was laberst du? Du hast meinen Quad-Launcher. Ey, ihr habt gesagt, ohne Sauberin. Ich kann rein theoretisch jetzt einfach kommen und mich einmischen, ne? Komm doch. Ja, kannst du doch. Ist sowieso erlaubt. Ja, ja. Wollte nur gesagt haben. Du weißt, ich hab die stärkste Waffe der Welt, oder man? Ja. Hä? Du bist ein Geist. Man nennt dich der Geist oder die Geist. Wenn man will, auch das Geist. Du warst ehrlich ein Geist. Hä? Ich war ein Geist. Ich war unsichtbar. Unsichtbar? Ja, unsichtbar. Alles gut. Ich chill hier. Bex will sich einmischen. Aber er weiß, das ist ein Fehler. Ich hab alles im Blick. Die Brille des Lebens gibt mir super Kraft. Ich hab einen Klick. Einen Klick? Ja. Boah, hast Cash gemacht. Geh, Bild. Ich komme jetzt. Er ist unsichtbar, aber Schildcrack. Passt schon. Komm, 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 Mohnemann. Komm. Brauch deine Hilfe. Komm. Rex ist auf Ehrenlos. Kuckuck. Ja, mach mal Kuckuck mit dir alleine da. Kuckuck. 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 Nein, okay, er ist Lowlife, er ist Lowlife. Nein, okay, er ist nicht Lowlife. Er ist nicht Lowlife. Okay, wir rutschen zusammen, Rex. Komm. Okay, komm. Andere Map, komm einfach. Okay. Wir müssen aber gleich nochmal Bild spielen. Bild ist auch witzig. Die witzigen Witzköpfe. Ey, danke, dass du so nett zu uns bist. Wie, kein Eis? Du hast kein Eis unter deinen Füßen. Doch, doch, ich hatte, aber ich nehme grau nicht mit, weil voll unnötig eigentlich. Okay. Okay, das ist voll schwer zu handhaben irgendwie, ne? Ja, aber ich werde direkt auf deinen Kopf schießen, sobald ich lande, mit Ansage. Wow, Odomann, hast du das gehört? Er meint dich. Ja. Ja klar, normaler Fodoman, ne? Okay, die Waffe nehme ich. Uff, die ist gut, die ist gut. Alles cool. Ja, Jungs, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir wirklich besser geworden sind in Fortnite? Jetzt mal so Props an uns selbst. Freunde, habt ihr auch das Gefühl? Schreibt es mal gerne rein. Er hat. Der Dude kommt von oben, Bro. Was ist das für eine Kack-Sniper, die ich habe? Ey, guck mal Andere, wieso spielen wir nicht als Team, wenn er die ganze Zeit, wieso, wieso? Ey, gewinnt er nicht die ganze Zeit. Doch, gewinnt. Nein, nein, der Einzige, der nicht gewinnt, bist du? Er hat wieder vergessen zu schlucken, Bro. Ey, ich end' der Map, ja, schon mal? Na, mach nicht, mach nicht. Oder doch, kannst du schon. Okay, wollte gerade sagen. Ah! So, komm Andere, komm hoch. Komm hoch, Junge, komm. Ey, ich drück immer auf diese Zahnrad und will respawnen, weil die das irgendwann mal geändert haben. Und ich bin ein Doomer, der sich an nichts Neues gewöhnen kann. Komm unter deine Schnauze halten. Ich bin so dieser Nokia-Handy, ist das Touch. Okay, ciao, ich geh, ciao. Okay, ciao, komm. Okay, ciao, ich komm mit. Ihr wisst, Grau wird ignoriert. Oh, du Mann sammelt auch, schade. Ja, ist so, Digga, Grau wird ignoriert. Hier, ist Mund. Er sagt, ist so und sammelt so nebenbei auf. Grün wird auch sogar ignoriert, ist mir egal. Grün wird sogar ignoriert. Guck mal, er sammelt alles auf. Boah, du bist ein Macher, Rex. Jungs, nur lila Loot. Okay. Nein, nur Gold, nur Gold. Wir dürfen nur bei Gold aufsammeln. Okay, nur Gold, okay. Warum? Das ist eigentlich witzig. Lass das mal machen. Ja, okay. Weil da kriegen wir nicht so viele, keine Chance. Ja, und vielleicht, wenn du Pech hast, kriegst du gar nichts. Okay. Ich mach den Trick 500. So. Ich hab alles ignoriert. Ich schwöre, wenn ihr mögt. Oh, ich hab ne graue Waffe, aber die hab ich weggeschmissen. Oh nein. Die Sachen verschwinden. Ich krieg alles. Ich krieg alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so gut. Wir schlafen. Das war unfair, das war unfair, das war unfair. Sobald ich schnapple. Bist du sauer? Bist du sauer, Urmann? Ja. Bist du sauer? Bro, was hast du für Waffen, Digga? Schönen mal. Alles, Bro, alles. Bist du sauer, Urmann? Das war meine einzigste Chance, ich bin sauer. Okay. Ich komm jetzt und werd komplett sauer. Oha. Ist ich sauer? Ja. Lade meine Magazin im Automatik Big Power. Boah, jees. Okay. Was macht ihr? Holt ihr euch nur Gold? Macht ihr nur full Dings? Nur Gold. Okay, nur Gold, nur Gold. Slide automatisch. Sind ich sauer? Slide-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Oha, ich hab ne richtig kranke Taktik. Okay, Taktik hat mich auseinandergenommen bei Brexitin Taktik. Aua, aua, aua. Okay, tschüss, aber ich bin sauer. Das war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Nein! Ich hab nicht mal gecheckt, dass das schon da ist. Ich hab da irgendwelche komischen Sachen gemacht. Okay, Urmann. Ich hab den ein bisschen für dich angeschwächt. Urmann, was machst du da? Hat er dich aufs genimmt? Er hat die Lauf gesammelt, er ist so schlecht. Das ist Gold-Opfer. Oh, das Gold-Opfer hat er gesagt. Ja außerdem gibt's Dinger, Impuls, Pömpel-Granaten, nicht Gold und Lutscher. Doch, gibt's. Natürlich. Pömpel sind grün. Nein, die sind Gold. Pömpel sind grün. Er hat mich mit grünen Pömpel einfach gekillt. Nein. Hab ich nicht, ehrlich. Iiiiiiii. Brax ist ohne Regeln sauer. Er ist einfach ohne Regeln sauer. Okay, warte mal. Zack. Zack. Und du willst nicht, Brax, du willst nicht. Okay, ich will echt nicht gerade. Können wir ganz kurz mal darüber reden, dass du echt gut bist? Wo seid ihr? Ich spamm mit Minigang auf ihn. Ey, ich schwöre auf alles, ne André. Wenn ich dich sehe, irgendwo auf dieser Straße in Deutschland, dann werde ich dich erstmal umarmen. Boah, das ist nett. Und dann laufe ich weg. Ich habe ein Problem mit meinem Bild. Ich habe keine Waffe. Komm doch mit Müllwerfer, Bro! Spass in deinen Kopf, Digga. Mit Flickshot. Er hat schon auch Spass gemacht. Er hat echt Spass gemacht. Okay. Wo seid ihr? Spass ist auf Vick. Ich hab gestorben. Ich komm, sterbrutsch. Ich komm, sterbrutsch. Komm, sterbrutsch. Das ist mein Leben gerade, Bro. Warte mal, wann das Bild reset? Zwei Minuten. Alles gut, Digga. Alles gut. Okay. Diesmal beachten wir drauf. Da ist er. Ey, ich kann nicht bauen. Guck mal, guck mal, was machst du? Darf ich so mit dir reden? Guck mal, guck mal. Falsche Waffe. Ich habe drei Waffen, Jungs. Ich habe nicht einmal gebaut. Ich habe High Ground. Danke, Bro. Geil, Problem. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ohne man Stimmen höre ich auch, Digga. Im Schlaf nachts. Warum weißt du das? Hä? Beobachte dich beim Schlafen. True. Ich habe Kamera aufgestellt. Kriegst du erst mal ein paar Headshots. Bitte nicht, Daddy. Ich bin sauer sonst. Mir doch egal. Wo seid ihr? Oh, versteckt. Man geht gar nicht mehr, weil er nicht checkt. Doch, er checkt. Er schwitzt übel rum. Er schwitzt übel. Ich würde dich jetzt beleidigen gerade, aber mach ihn nicht, um respektvoll auf deine Aufnahme zu sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallo, seid ihr noch da, Jungs? Warum redet ihr nicht? Weil er... Ey, André, was hast du gegen mich? Hallo, du darfst nicht böse sein, er hat mich zuerst gebeten. Der Brexit ist sauer, schade. Das ist echt sauer, das ist peinlich, Bro. Ich bin nicht sauer, ich bin glücklich. Das ist der glücklichste, das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Ich bin so glücklich. Oh nein, was habe ich gemacht? Ah, Build Reset, alles gut. Oh nein, was habe ich denn ein Bein? Komm mal auf die Map, Digga. Du kriegst so viele Headshots, die du noch nie in dein Gesicht bekommen hast. Boah, auf dem dein Gesicht ist so breit, er trifft jeden Schuss Headshots. Er ist ehrlich breit sein Gesicht. Guck mal, er sammelt goldene TNT auf, Digga. Gibt's anscheinend. Goldene TNT. Es gibt goldene TNT. Guck mal, geh mal an jemand anderes nerven. Ey, du bist so eh. Ich hole Verstärkung, du bleibst. Ja, besser ist, Digga, hol die Verstärkung, weil jetzt mache ich richtig ernst. Ich hole Auto. Oh, warte mal. Er hat einfach mal ein TNT geklaut, Bro. Lass dich TNT spielen, wenn ich TNT spiele. Hat er da TNT geklaut? Bist du gestorben oder meinst du so geklaut? Aber jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Okay. Ciao, es tut. Sehr gut. Brexit, du gehörst mir. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Bist die schönste. Du bist die schönste. Aber auch die schönste. Okay. Auf die ganze Welt. Oh, darf ich deinen Drop nehmen? Zum Fly Drop? Natürlich nicht. Ist mein Drop. Sagst du doch grad selber. Drop Drop. Hä? Nicht sauber werden. Ich bin nicht sauber werden. Boah, der war sogar gut abgeaimt. Sag ich dir ehrlich. Aber daneben du Dummkopf. Geh mal runter. Darf er dich Dummkopf nennen, Digga? Darf er? Dafür hat er ein paar Shots kassiert. Alles gut. Er weiß nicht, wie TNT funktioniert. Du weißt nicht, wie du funktioniert, okay? So'n Dummkopf. So'n Dummkopf. André, 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 André. Ja? Ich hab jetzt dreimal André gesagt. Denkst du mir ist egal, oder was? Ich weiß nicht mal, wo du bist, Digga. Ah, jetzt aber. Okay, meiner schießt automatisch. Hallo, stopp. Es geht nicht. Spielstopp, Klippo. Klippo. Hä? Das wird ja sauer, wenn ich auf dich schieße, obwohl der automatisch ist. Alles gut. Mach. Nein. Oh. Wo bist du hin? Ich hab Cheatcode, Bro. Oha. Doch nicht. Ciao, Bro. Oh, hallo, Bro. Der hat geschmeckt? Oha, der hat gut geschmeckt, Bro. Danke. Ich hab grad mit mir selber eine Unterhaltung geführt. Ich schwör... Er hat dir Hammer in deine Nase gegeben, Digga. Er hat deinen Popel dabei rausgenommen mit kleinen Fingern und dabei Ding gegeben. Okay, letzte Runde, komm. Rex, hast du Heelung? Heelung, ja? Ich hab kein Eis. Ich hab kein Eis. Was? Ich kann schummeln, Digga. Ich nimm mir jetzt die Waffen mit, die ich möchte. Schummel doch, Digga. Ah, hier kriegt man Eis. Aha. Heiß? Heiß auf Eis! Ich hab kein Eis wieder! Ich hätt gerne ein Heiß, bitte! Boah, warte mal. Ich schummel so hart, Digga. Freunde, ich hab das System gedribbelt. Kannst du gar nicht. Doch. Nein? Hehehe. Boah. Wah, hm. Was nimm wir denn mit? Bei blau? Nöö. Da nimm wir gar nix mit, ne? Und dann gehen wir mal bei lila. Da gibt's bestimmt coole Sachen. Warte mal. Ohhhhh. Ja, den auf jeden Fall. Der ist OP. Okay, er wurde einfach von meiner Nase weggedings. Aber wir warten einfach, bis der kommt, Freunde. Wisst ihr? Ja, der ist auch Müll. Da ist er, da ist er. Ja, der ist gut. Oh, Pumpgun. Andri, komm nicht auf die Web, Digga, ich sag's dir. Autosniper, alles gut. Haben wir bei Gold. Nehmen wir die Pumpi mit. Nein, ich bin ein Idiot. Oh mein Gott, ich hab so Karma kassiert. Yo! Komm lieber nicht auf die Web, Bro. Ich hab sie verflucht. Digga, was geht ab? Geh schlafen, Junge. Dieses Weiß hat mich geblendet, Digga. Ich seh nix mehr. Aber, Freunde, ich würd sagen, wir gucken mal, wer wie viel Kills hat. Wie viel Kills habt ihr? Ich hab zwölf. Ich hab neun. Brex? Alles klar, Digga. Freunde, wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschau.